ich bin denkmal wir sind erst Level wir sind erst Level oder haben erst 4 43 Prozent und 28. Mission wie geht denn das eigentlich so was brauchen wir ich glaube wir lassen uns so ausgerüstet wie wir sind starten die Mission für aktuelle Fahrgastzeit kurs 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 Ich habe gerade den Namen gelesen. Das bedeutet, wir haben den Typen wieder dabei. Nein, wir fliegen ja davon weg. Äh, ja nee, ist klar. Wir sind am Arsch der Welt. Ich muss jetzt mal ein Auto bestellen. Was ist das? Was ist das? Ich muss jetzt gehen. Wow. Ah. Es kommt von der Seite. Jetzt fällt es runter auf uns drauf. Oh! No sign of the enemy. Judging from security in the area, I'd expect to see a patrol by now. Gibt es noch ein richtig ungutes Gefühl. Danke. Ist ja schön, dass du das aufhörst. Autofahren bei GTA ist einfach. Bleib mal im Wasser, dann finde ich so gut. Was? Oh nein, bitte nicht. Die sehen aus wie bei... Was ist das, Alter? Die sehen aus wie bei Star Trek, die Bombs. Die sehen aus wie quiet so'n bisschen. Fuckedoodledoo. Was? Mach keinen Scheiß. Nein, wirklich? Was? Quiet. Oh, es ist ja schon noch so. Das war mal so. Du siehst das? Der Sniper bin angefangen durch das tiefste Luft. Just as quiet. Wenn du ihn nicht kannst, dann gibt es keinen Weg, zu sagen, wo die Strecke nach dem nächsten. Bleib auf deinem Regie. Alter, was ist denn das? Sind die alle da oben? Ich bin auf der anderen Seite. Die Ein Scharfschütze ist er schon. Das ist der Quiet war ja schon. Als Scharfschütze übel. Quiet, Superschuss. Fuck. Okay. Fire! Das ist jetzt wieder eine sehr stille Szene irgendwo. Uh, ein Hammer. Not good. Don't let your buddy die, Steak. I'm pulling them out of there. Was? Buddy departing area of operations. Was? Ah bon. Is das it? Was seid ihr denn? Was? Ich kann es mit der Baneer Hummel So. Super, das war's. aber der nächste die totes oder das angebliche tot shit ich frage jetzt ob ich quiet wiederholen kann warum ja 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 Was ist das? Was ist das? Das ist ein stilles Let's Play gerade. Aber das tut mir jetzt gerade echt sorry. Oh fuck. Ich muss kurz Nachschub anfordern. Oh fuck. Was ist das? Was ist das? Nee, ich mach den Ebel. Da war drei. Okay. Bleibt noch einer. Was? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was? Was ist das? Was ist das? Jetzt bin ich immer gespannt, wenn ich die Wings rein Ich hoffe, du bleibst doch mal Ich hoffe, du bleibst doch auch mal Um, 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 um. development complete ich weiß man den ich mitnehmen kann die ganze sie gut in das team machen ha warum muss ich denn jetzt hin jetzt komme ich da oben jetzt eigentlich auch durch marker placed ich hab hier das noch nie gespielt ohne Witz was war jetzt das kann die bleiben aber tot hoffentlich die sind weg naja freude gestern aus nach 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 Wie geil ist das bitte? Das ist ja mal eine geile Hütte Die ist ja mal toll bewacht Scheiße wie soll ich da rein kommen? Das ist ja mal toll Das war jetzt also schon gar nicht mal so schwer Oh nein bitte nicht beide Klar dass jetzt beide kommen müssen Oh ja Oh ja Hi Die HIP kind of on a wickedness Die HIP kind of on a wickedness Helfer Die HIP kind of die HIP kind ofANCE Die HIP kind of that Ich auch mal